Leider habe ich jetzt die ganze Welt schon zugepackt mit coolen Sachen. Das heißt, hier oben wird meine Wüste entstehen. Irgendwie ist das sehr symmetrisch, nein? So. Da, machen Berking. Der trägt jetzt den kleinen Botschafter mit sich herum. Das ist so goldig. Wie kann ich denn diese Transmutation machen? How do I do it? Uh, das Dorf ist gewachsen. Das heißt, ich setze jetzt mit dem gar nichts, weil der nicht mehr kann. Warum kann der gerade nichts tun? Kann Krabi was tun? Nein, okay. Offensichtlich wollen die entwickeln, dass ich jetzt das Dorf mal ignoriere und mich auf meine Wüste konzentriere. Was ist das denn? Lass mich veralbern, das ist ja lächerlich. Komm, mach das nochmal. Okay, irgendwie hast du das Prinzip missverstanden. Du sollst einen Berg machen. So wird ein Schuh draus. Ah, schon tot im Wald hier oben drauf. Unminder voll. So, das gleiche machen wir jetzt hier nochmal. Okay, jetzt soll ich hier ein paar, wie gesagt ist dieses Ausrufezeichen. Okay, also ich soll eine groß, ausreichend große Wüste machen und da soll ich Viecher reinsetzen. Ich glaube die ist groß genug, oder? Ah doch, Wüste. Vielleicht sollte ich das hier noch ein bisschen mehr an den Rand setzen, dass hier noch mehr Wüste entsteht. Kann ich das eigentlich auch wieder senken? Ja, wahrscheinlich irgendwann mal. Okay, Krabbi, los. Mach mir Viecher in die Wüste. Sieht immer so traurig aus, oder verschlafen oder beides. Ah, Springmäuse. Nein, Kängururatten. Und da kommen schon wieder Siedler. Oh. Die können also auch in der Wüste leben. Mit Anzügen, Bürteln und Hosen. Kleidern. Okay. Yay, wir haben ein neues Dorf-Ding. Und die haben auch direkt angefangen was zu bauen. Nämlich ein Schrein. Uuuuuh. Okay, und sie brauchen 10 Nahrung und 10 Money Money. Money. Okay. Dann. Dann kriegen wir jetzt ein bisschen Reichtum. Von meinem Rock-Giganten. Innerhalb ihrer Dorf-Grenzen. Mr. Krabbi baut dann nochmal hier Nahrung hin. Das ist ein bisschen irritierend, dass das Krabbi Tiere ruft. Irgendwie hätte ich das nicht erwartet. So. Oh ja. Babam. Und da geht es schon richtig dick los. Die Ressourcen, nämlich Quarz, hat eine Symbiose mit meinem Rappeneingang. Und das hat natürlich direkt... Die Nahrungsproduktionswerte sind explodiert. Und alle Voraussetzungen sind erreicht. Jetzt müssen sie nur noch anfangen das zu benutzen. Und dann haben sie ihre Spezialisierung erreicht. Und dann bekommen sie plus 5 Nahrung für jedes Viech innerhalb ihrer Grenzen. Und da wir 2 davon haben, kriegen sie plus 10 Nahrung. Wenn ich das richtig verstehe. Okay. Okay, ich kann die aktivieren. Was? Hä? Okay. Okay. Sobald 5 Mineralien aktiv sind oder genutzt werden, kann ich hier irgendwas aktivieren. Was? Okay. Okay. Ich soll die jetzt mal werkeln lassen, dass die in Ruhe ihr Zeug hier besser machen. Guck, sie haben eine kleine Mini gemacht da unten. Das ist ja nett. Aber ich will eigentlich gar nicht, dass die in mich reingraben und buddeln. Entschuldigung, was soll das denn? Alles klar, machen die das ja auch? Die Hunde? Nein, die machen das nicht. Die sind nett zu mir. Die tun das nicht. Ob dieser Baum hier in der Mitte größer wird? Ich kenne mir gerade so ein bisschen vor, jetzt hätte ich alle jetzt. Ah. Okay. Noch 2. Dann haben wir unser Projekte-Field da. Ist schon abgehackelt. Essen ist genug da. Es fehlt nur noch zweimal. Ach so. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Der Effekt von der Symbiose tritt erst dann in Kraft, wenn eine bestimmte Anzahl von Dings genutzt wird. Das steht dann hier. Und wenn dann Aktiv steht, dann kann man die Symbiose nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch Stein oder noch einen Quarz dazu machen würde, dann gäbe es eine von diesen symbiotischen Effekten. Bei den Viechern ist es so, dass sobald Mineralien in der Nähe sind, dass das so ist. Yay! Es ist fertig. Und sie kriegen 10 Nahrung dafür, wie erwartet. Ähm. Puh. Yay! Okay. Auf ins nächste Tutorial. Puh. Da kann man ja ganz schön, ganz schön viel lernen hier so auf die kurze Zeit gesehen. Ich erwache wieder und ich fühle mich schon wieder total eklig und will eigentlich nur noch duschen und ein bisschen was essen und so. Das Leben als Planet ist nicht viel anders als das Leben als Mensch. Muss man sagen. Ähm. Ich erinnere mich an das, was ich vor zwei Minuten gemacht habe. Wieder Wahnsinn. Großartig. Okay. Ohne Hilfe werden sie sterben. Uh. Uh. Okay. Okay. Ich reiß mich noch einmal zusammen. Steh auf und geh ins Bad. Uh. Uh. Was ist das? Das sieht ja creepy aus. Was ist das? Aha. Ein Sumpf Gigant. Okay. Okay. Ich soll einen Sumpf herstellen. Alles klar. Fangen wir mal mit dem Ozean an. Krabbi, mach die Augen weg. Und gib mir Wasser. So eine Massage am frühen Morgen. Ja. Glaub ich. Würde ich auch. Ja doch. Auf jeden Fall. So. Jetzt machen wir Sumpf. Sumpf, Sumpf, Sumpf. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Okay, offensichtlich ist das schon genug und ich habe mich offensichtlich verzählt. Ich soll Kräuter in den Sumpf reinblitzen. Der sieht auch aus, als würde er sehen, was er tut. Oh, Kräuter bringt Technologie. Ah, ist das so. Krabbi. Okay, und ich habe es geschafft. Und da sieht man jetzt noch eine Krabbi. Krabbi. Ich brauche noch einen Ozean. Ich setze ihn mal dahin in der Hoffnung, dass das reicht und klappt. Wir brauchen hier nichts zu essen. Wissenschaft ist der ihr Brot. Okay. Okay, mein Ocean Giant hat was. Mein Krabbi wurde jetzt gerade total inspiriert, von denen ich mir was neues gelernt. Nämlich. Oh. 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 Ich kann bestehende Pflanzen verbessern mit Krabbi. Oh nein. Krabbi, Krabbi. Das ist zu weit. Oder? Äh. 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 Da setzen wir mal gleich hier hin. Und dann machen wir gleich hier die Kräuter besser. Jawoll, das hat geklappt, du, mehr Sumpf, ich bin ein bisschen verschätzt, um 1, egal, los, mehr Sumpf, Krabi, mach die Pflanzen besser. Okay, ich kann alles abwählen, alles, oh, da kommen später noch coole Sachen, oh, was hab ich denn hier oben drüber schön anzeigen, New Thread, ah, das sind die Achievements, die ich kriegen kann, das ist, das finde ich cool, das finde ich jetzt mal richtig, richtig gut, da muss ich mich total drüber freuen, weil normalerweise weiß man immer nicht, was sollte man eigentlich tun muss, um ein Achievement zu kriegen, das ist sweet, das ist richtig gut. Okay, was haben wir hier, wir haben ein Village und das heißt Legion Port, das ist das Village Season Port, okay, okay, ich hab den Growth Aspect gegeben und jetzt gibt's Nahrung und Forschung, das ist natürlich cool. Oh, ich kann Tomaten draus machen. Will ich das? Okay, es bringt zusätzliches, also es nimmt nichts weg, das ist natürlich eine gute Sache. Dann machen wir Tomaten draus. Das ist ja, das ist ja cool. Okay. 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 Soll ich dir vielleicht erstes Tutorial lesen, bevor ich Dinge mache, weil ich brauche das so lange, bis das so lange wird. Ich hab... Yay. Okay. Okay. Und die... Oh, was wollt ihr denn wieder? Ein Schulprojekt? Oh ja. Ist ja kaum verwunderlich, wenn die sich primär von Wissen ernähren. Okay. Was wollen wir denn? Davon haben wir nicht genug. Wir brauchen mehr Technologie. Nahrung haben wir aber noch nicht genug. Wir brauchen mehr Nahrung und was bringt uns dann... Okay, wir brauchen noch mehr Tomaten. Allerdings werde ich das jetzt so machen, dass ich diesmal hier so ein Stück freilasse. Für den Fall, dass ich gleich Mineralien beschwimmen kann, weil die nämlich im Zusammenhang mit Mineralien auch wieder... Ah nein. Nur mit... im Zusammenhang mit anderen Nahrungen. Dann war das hier mit Mineralien. Oh ja. Okay. Egal. Machen wir trotzdem erstmal so. Wir verlieren hier nichts dabei. Ich kann wieder Viecher beschwören. Oh gleich. Erstmal wieder upgraden. Damit wir die Voraussetzungen hierfür erfüllen können. Könnten wir schon. Gute Sache. Dann lasse ich das so machen. Erstmal keine Tomaten draus. Obwohl die Spezialisierung hiervon für Tomaten zählt. Aber wenn ich Mineralien kriege, dann werden die auch verbessert. Lassen wir erstmal so. Und wir schenken den Leuten Viechers. Viechers. Was wächst denn im Sumpso an Viechern? Das ist interessant. Frösche. Das sind jetzt Franzosen. Und ich kann Otter? Oder Iguanas draus machen. Iguanas bringen... Let's... Und die hier bringen... Food. Boah, ich will... Ich kann nicht. Achso, ich müsste einen Hurled Aspect da drauf machen. Den kann ich noch nicht machen. Okay, nämlich jetzt geht's warten. Bis die... das hier erreicht haben. Was bedeutet denn... 12... Was bedeutet das denn? Es läuft doch rückwärts. Ist das die Zeit, die ich maximal habe, um dafür zu sorgen, dass das hier ist? Warum wird das nicht erklärt? Erklärt mir das! Was ist das hier? Ah, okay. Das sind die Spezialprojekte, die ich habe. Okay. Okay. Das ist... Time... Prosperity. Okay. 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 Gut. 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 Das haben wir hier gleich. Gut haben wir schon. Und jetzt fehlt noch Technology. Einer. Barabin. Soいたi.